Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Verpackungen stehen in letzter Zeit vermehrt unter Beschuss. Zum Teil sicher mit Recht, zum Teil aber auch unbegründet. Man darf nämlich nicht vergessen, dass ohne Verpackungslagern der Produkte, der Transport in die Läden, der Schutz vor Beschädigung und nicht zuletzt das Anbringen der vielfältigen Informationen und leider auch das Verhindern von Diebstählen nicht möglich wäre. Die Industrie und der Handel haben allerdings zusammen mit den Konsumentinnenorganisationen grosse Anstrengungen gemacht und die Menge der Verpackung entsprechend reduzieren können. Bei GOB zum Beispiel befasst man sich seit Jahren mit ökologischen Problemen und hat eine ganze Reihe von Zielsetzungen zu der GOB-Ökoplan-Philosophie zusammengefasst. Produkte und Verpackung mit der Umwelt in Einklang bringen. Das ist der Kernsatz der GOB-Ökoplan-Philosophie und bis heute finden sie dann auch schon eine grosse Zahl von Produkten in unseren Läden, die ihnen Ansprüche gerecht werden. Das heisst, dass alle Tierprodukte umweltschonend produziert worden sind und dass die Verpackung für die Umwelt so wenig Belastung wie möglich bringt. Als Beispiel möchte ich die kompostierbaren Eierschachteln, Glasflasche statt Getränkedosen, Rinderkompost statt Dorf, Milchbeutel oder jetzt ganz neu Sano-Quick erwähnen, das lustige Sofortgetränk mit dem feinen Schocki-Geschmack und den 10 Vitaminen zum warm oder kalt trinken. Der neue Nachfüllbeutel hat gegenüber der Dose rund dreimal weniger Umweltbelastungspunkte. Nach dem Sano-Malt und dem Icedee können sie bei GOB jetzt also ein weiteres Instantgetränk immer zeitgemässes, unschädlich entsorgbaren Beutel kaufen. Sie selber haben also die Möglichkeit, das Packungsvolumen zu verringern, wenn sie die entsprechenden Nachfüllpackungen berücksichtigen. Ja, und wenn ich jetzt behaupte, Pommes frites und Hamburger seien gesund, dann werden sie sicher den Kopf schütteln. Aber schauen Sie doch einmal den nächsten Beitrag an. Was bei der Menü-Zsamenstellung nämlich zählt, ist die richtige Kombination. Hallo, Mami, was gibt's heute? Hamburger und Pommes frites. Hamburger und Pommes frites? Ist das nicht zu fettig? Also in der Kochschule hat es geheissen, dass zu jeder Mahlzeit auch Gemüse gehört. Die Mama, also deine Grossmutter, hat eben die Hackfleisch-Tätschli mit viel Gemüse gemacht. Das Hackfleisch mit einem Esslöffel Haferflöckli und einem Hanfeln feingeringem Gemüse wie Rüebeln, Sellerie, Zwiebeln und auch rohen Herdöpfel gemischt. Gewürzt, geknettet und ihm ein bisschen Öl angebraten. Du weisst, das Grossmutter ist ja heute noch gesund und frisch. Und darum versuche ich so viel wie möglich nach ihrem Vorbild zu kochen. Die Pommes frites allerdings nehme ich von Goldstarr. Selber machen geht man zu lange. Und es braucht auch kein Öl. Mami, bei dir lernt man ja noch mehr als in der Kochschule. Bei der Menüzusammenstellung zählt die Kombination und die Zubereitung in der Küche. Das Hackfleisch für die Hamburger offerieren wir Ihnen das Wochenende übrigens zum Aktionspreis. Neben anderen Produkten natürlich, die Sie sicher auch gut brauchen können. Ein Kilo Bananen kostet bei GOP nur 1,80 Euro. Und 6 Liter Mondial Orangensaft gibt es für nur 5,40 Euro. 3 mal 400 Gramm Fischsticks von Goldstarr kostet nur 9,80 Euro. 4 Liter Vollmilch UHT oder Milchtrink kostet nur 6,50 Euro. Und das Kilo Hackfleisch kostet nur 10 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen das Herren Flanellhemd aus 100% Bauern für unglaubliche 14 Franken. Bekanntlich offerieren Ihnen unsere Küchenchefen von GOP-Restaurants jede Woche ein Menü unter 10 Franken. Diesmal steht Rindschmorbraten mit Spätzle und Bohnen auf der Karte. Und zwar für nur 9,80 Euro. Im ganzen Land gibt es über 100 GOP-Restaurants. Eins davon sicher auch in Ihrer Nähe. Noch mehr Restaurants trifft man vermutlich auf Bali an. Eine Reise dort würde sich so oder so einmal lohnen. GOP Extra Reisen offerieren Ihnen nämlich paradiesische Inselferien in Bali und Lombok zu einem sensationellen Preis. Abflüge gibt es jeden Samstag ab 6. Februar mit bequemen Linienflüge und Sie können Hotels in drei unterschiedlichen Preisklassen wählen. Wenn Sie also gerne ein paar schöne, tropisch warme Tage möchten verbringen, sollten Sie jetzt gerade anrufen auf Gratisnummer 155 11 14, sich ausführlich informieren lassen und am besten gerade buchen. Das wäre es gewesen für heute. In einer Woche stellen wir Ihnen einen neuen GOP-Joghurt aus biologischer Milch und Verarbeitung vor. Bis dann, auf Wiedersehen.